Der US-Konzern Meta plant die Einführung einer Gebühr für die werbefreie Nutzung von Facebook und Instagram. Berichten zufolge sollen Nutzer in Europa künftig 10 Euro monatlich bezahlen können, um die sozialen Netzwerke auf einem stationären Rechner ohne Werbung zu nutzen. Bei der Nutzung mit einem Smartphone soll der Betrag demnach 13 Euro betragen. Den Angaben zufolge kommt Meta da mit neuen EU-Regeln zu Datenschutz und Online-Werbung nach. Die Kostenreform hat Meta der EU demnach selbst vorgeschlagen. Der Konzern erklärte weiterhin aber auch kostenlose Dienste anbieten zu wollen, mit Werbung.